Stats, 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 jawohl, Crafting 2.0 steht vor der Tür und meiner Ansicht nach sind die Stats, die man danach erreichen kann, nicht ansatzweise zu vergleichen mit den aktuellen möglichen Werten so in etwa. Deshalb geht's weiter aus der Welt von Drakensang online und ich zeig mal meine Stats, was ich sowieso in jedem Video mache, aber diesmal ein bisschen genauer, ich erkläre alles, meine Items, mein gesamtes Schließfach zeige ich mit den Uniques und was ich sonst noch so gesammelt habe, woher hat man das bekommen, Schilling, die Stories dahinter, ich werde mein Doppelkostüm entfernen, um alle Kostüme zeigen zu können und ganz ehrlich, dieser Dämon, der, wie heißt der denn, das Dämonenkostüm, ich will mal was anderes, Ich brauche wieder Abwechslung, von daher, ganz unkompliziert, so sehen meine finalen Stats vor Crafting 2.0 aus. Da wird sich nicht mehr viel tun, es wäre zwar noch Luft nach oben und zwar 55, 55 und genau meine restlichen Glyphen, die ich jetzt zur Verfügung hatte, habe ich in die Schulterteile reingesteckt, aber ich würde sagen, ich gehe es einfach mal der Reihe nach durch. Potenzial hat natürlich die Waffe und die wird mich mit Crafting 2.0 wohl auch stark verbessern, ich sag mal 6000 Grundschaden wären nett oder dieselben Stats mit 80% kritischer Trefferwertung. Ich gehe mal noch die Edelsteine durch und die ganzen Items. Das ist ein Siegel, ist relativ solide, muss man sagen, hat mehr als 1000 kritische Trefferwertung, keine einzige Vertauberung Gold, aber von Haus aus 4 Sockel, das fand ich genial und die Werte sind alle so relativ gut. Wie gesagt, zwar nicht Gold, keine Maxwerte, aber relativ gut. Dann mein Umhang, es war schweineteuer, Prey4Kampfsau, schweineteuer hier die Sockel hinzuzufügen, das ist einfach leider sehr kostspielig bei Mänteln. War es mir aber wert, denn ich habe mittlerweile so viele Event-Edelsteine, die richtig gut sind, darauf wollte ich nicht verzichten. Die 2 mit 5%, kritischer Schaden 1%, 1%, ja genau, 1% Attack Speed, die sind aus bezwingend, unbezwingbaren Events und davon gab es mittlerweile schon 7 Edelsteine. Der 4% Eis, Krit und Leben Stein, den gab es beim letzten Midwinter Event Granparus und der Plus 10 Mana 5% Lebenspunkte ebenfalls beim Midwinter Event, allerdings musste man den 3x craften. Der Basisstein hat 5 Mana und 1% Leben. Mein Gürtel ist echt nichts Besonderes, aber ich teile einfach viel Schaden aus. Damit, der hatte von Haus aus 4 Sockel, ein 5. war spottbillig. Ich hätte hier gerne einen mit 3x Krit-Schaden und 1x kritische Trefferwertung oder 4x Krit-Schaden wäre natürlich das Beste. Crafting 2.0, wie gesagt, da wird sich dann einiges ändern. Mein Ring, der ist top, der ist echt genial. 2x Gold und die anderen beiden Verzauberungen sind auch sehr schön. Der einzige und große Nachteil hierbei, standardmäßig hatte ich leider nur 2 Sockel. Der 4. ist noch leistbar, der 5. wird dann richtig teuer. Sodass man sich auch einen strahlenden Rubin oder so kaufen könnte und eine bessere Verbesserung vom Charakter erzielen würde. Mein alter Blutzahn in der 45er-Version, ich habe es nicht als lohnenswert erachtet, mir einen 2. 50er zu kaufen, nur dass ich hier 620 Leben oder so habe, ohne dass ich da Glyphen reinbuttern muss. Von daher, aber ansonsten, der ist ganz nett, da ist doch einer meiner besten defensiven Steine drin. Ein, wie heißt das, königlich? Royaler Amethyst, 180. Lebenspunkte, genau. Der ist einfach sehr wichtig für mein gesamtes Build. Wenn ich den wegrüste, verliere ich ganz viel Leben und in etwa 11% kritische Trefferwertung. Mein Kristall. Was ich an dem so gut fand, der hatte standardmäßig 4 Sockel. Und da musste ich nur einen hinzufügen. 5 Sockel sind Pflicht für eine Waffenzieher bei mir. Und eine goldene, die ist zwar leider Schaden, hätte ich, muss nicht sein, kann gerne weg. Und stattdessen will ich kritische Trefferwertung oder kritischer Schaden. Ansonsten ist in Ordnung, diesen einen Onyx, den ich da drin habe, der ist zu 100% nicht gekauft. Das heißt, ich habe mir noch nie einen Onyx im Shop gekauft oder so. Die kamen aus den Gauklern, aus den Würfeln, einfach so von Bossen und so weiter und so fort. Und meine Waffe, die ist gut, aber die könnte noch viel besser sein. Und zwar kritische Trefferwertung in akzeptablen Mengen und in Summe. Moment, wie viel ist das? Ganz genau. 146,83% Waffenschaden mit zwei Verzauberungen. Ist das doch wirklich genial. Genau, meine Rubine machen das Ganze natürlich noch schmackhafter. Obwohl ich die 16er irgendwann aufwerten möchte, sodass ich da mindestens noch 22, 22 und 22 unten stehen habe. So, und jetzt mit Crafting 2.0 kann ich eben Folgendes machen. Entweder ich hole mir diese Waffe plus einmal Schaden noch dazu und zwar so 110 Schaden und dann noch auf 55 aufgewertet. Dadurch sollte ich, keine Ahnung, auf 6000 Grundschaden kommen vielleicht und das bleibt alles gleich. Oder, das werde ich aber nicht machen, aber vielleicht bekomme ich es einfach so. Crafting 2.0 ist ja kein Wunschkonzert irgendwie schon, aber es wird dauern, bis die Wünsche in Erfüllung gehen. Oder ich hätte nichts gegen 150% Waffenschaden und zweimal kritische Trefferwertung. Dann würde alles gleich bleiben und hier würde eine 80 stehen in etwa. Denn meine Waffe gibt mir jetzt 22%. Also da könnte ich die 80% knacken, das wäre natürlich auch saftig. Vor allem mit dem neuen Andrakash-Set, wo man bei einem Crit bei der Sphäre Mana zurückbekommt. Dann Dragan, ein geniales Set. Viele wollten mich davon überzeugen, nimm Finster, nimm Finster. Ich sage nicht, dass das Finster-Set schlecht ist, aber für mich mit Zweihand als Mana-Fanatiker, ich bevorzuge einfach hier das Dragan-Set. Gibt mir noch ein paar defensive Stats. Das ist auch nicht zu verachten, diese Blockwertung und Blockstärke. Ab und zu blocke ich da den wichtigen Treffer im PvP. Und genau, da sind fünf Bezwinge die unbezwingbaren Edelsteine drin. Top. Sehr, sehr, sehr fein. Die Schulterteile, die lohnen sich, wenn man die aufwertet, denn da steigt dann nochmal die Blockwertung. Und das ist nicht so verkehrt. Generell würde ich sagen, zuerst die Schulterteile mal auf 54 machen und dann erst den Helm aufwerten. Hier meine Erzmagusrobe. Hat leider nur so in etwa 15% erhöhter Schaden. Da geht mehr. Aber zweimal Rüstung, das finde ich nett, weil dieses eine Item, okay, ist jetzt weniger als ich dachte, aber beschert mir immerhin 17% Rüstung. Und da ist noch Luft nach oben mit einem fünften Sockel, mit bisschen mehr Rüstung, dann noch aufwerten. Von daher ist ein feines Teil, aber noch stark verbesserungswürdig. Eventuell auch mit Crafting 2.0. So, die Handschuhe habe ich gekauft. Beim anderer Cash-Händler 30% kritischer Schaden. Ich habe einfach gemerkt, mit zwei Hand, wenn man mal diesen Wert von 50% überschritten hat, diese 30% lohnen sich. Alternativ besitze ich folgende Teile. 18,22% Speed mit zwei Verzauberungen und noch gute defensive Werte. Die wechsle ich, die tausche ich manchmal gerne aus im PvP. Da bin ich mir nicht so sicher. Speed oder doch, Krit, aber Speed ist ganz nett, vor allem noch defensive Stats. Dadurch steigen die Widerstände und so. Man muss bedenken, da sind jetzt noch keine Edelsteine drin. Aber genau, das sind so meine zwei Handschuhe, die ich regelmäßig austausche. Die Schuhe. Die, 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 die Schuhe haben in Summe 19,58% Runspeed, was schon mal in Ordnung ist, plus eine goldene Lebensverzauberung. Gefallen mir sehr gut. Ich bin keiner von den Leuten, die dann hier ihre Stat-Videos machen oder im Forum posten. Yay, ich habe so und so viel Grundschaden geknackt. Dann rüsten sie noch schnell, pushen sie irgendwelche Schuhe mit Schaden und so. Und dann noch schnell den Buff. Und dann diesen Buff. Und ja, damit farme ich. Und in Wahrheit zocken sie dann mit Speed-Schuhen und so. Ja, okay. Ich habe die 5k jetzt geknackt mit Damage Schuhen, aber normalerweise farme ich mit 20% Speed. Das ist so krass, so langsam zu laufen. Man fühlt sich so, das habe ich schon mal gesagt, als würde man durch eine Ölpfütze vom Dampfmechanikus laufen, wenn man keine 20% hat. Von daher bleibe ich hierbei, obwohl sogar mit blauen Essenzen noch, wenn ich das mal umrüste, komme ich fast auf 8k. Durch diesen Schaden ab und zu wechsle ich, wenn wir rote Essenzen drin haben und man beim Boss keine Bewegung braucht. Aber ansonsten eigentlich eher nicht. Genau, das waren mal diese Items so. 5 Sockel sind hier drin, denn das Item finde ich einfach ziemlich genial. Im PvP, wie gesagt, da tut sich nicht viel. Da zocke ich so. Eigentlich. Habe ich dann noch ein bisschen mehr Leben. Weil, das ist mal mein Skill-Warm zum Farmen Q3-M1 Fatal, wenn ich Solo unterwegs bin. Wichtig sind diese beiden Skills, beziehungsweise hauptsächlich Prügelknabe. Denn Q3-M1 Fatal haut zwar gut rein, aber wenn ich zwei Tanks habe, erstmal der mächtige Wächter und dann noch ein kontrollierter Gegner, dann könnte ich sogar mit 4000 Leben überleben. Das heißt, das passt. Ich komme da sehr, sehr, sehr gut durch. Ich habe zwar leider diese Befreiung nicht, aber damit muss ich einfach leben und ich ohne Vernichtung. Denn Vernichtung killt mir die Mobs weg, die mir Mana für die gefrorene Sphäre geben. Und ich komme so echt sehr, sehr, sehr gut klar. Aber mit diesen Werten farme ich. So komme ich genau über diesen Punkt von 1,23. Das passt. Und 5% Vitalität. Und sollte sich mein Speed irgendwann durch Edelsteine erhöhen, sodass ich durch bessere Saphäre hier die 1,23 knacken kann, dann kann ich hier einen Punkt rausnehmen und bei Leben rein, sodass ich ein bisschen mehr Leben auch zum Farmen habe. Aber fürs PvP mache ich es generell immer irgendwie so, dass ich hier, keine Ahnung, durch meinen Crit-Schaden one-shotte ich sowieso viele Gegner, die nicht gerade Drachenkrieger sind und packe da noch Leben rein, sodass ich irgendwie auf 8k plus bin, dass mich nicht gleich jede kleinste Aktion killt. So, so mache ich es dann immer in PvP in etwa. Aber ansonsten, mein alltägliches Farm-Build sieht so aus. Beim Ruhm bin ich leider erst Level 45. Das nächste Level-Up dauert noch ein bisschen. 400, 56.000. Und da gehe ich wie immer voll auf Schaden. Und die restlichen Punkte in die Verteidigung, beziehungsweise die Heilung. Ist auch ganz nett, weil ich zum Beispiel in der Eroberung der Flagge doch den einen oder anderen Kill abstauben kann. Mit einer Hand spiele ich momentan gar nicht. Ich hätte da zwar eine Waffe, die ist nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Und wenn ich die ausrüste, habe ich leider richtig wenig Schaden. Aber mit meiner aktuellen Kugel komme ich ohne Skillung im Talentbaum, Erfahrungsbaum auf 80%. Und jetzt kommt der Knaller. Ich kann sogar den Helm ausziehen und habe noch immer diese 80%. Das heißt, ich könnte zum Beispiel den Finsterhelm tragen. 35% mehr Crit. Habe hier die 80%. Und bin jetzt, ohne dass ich irgendwas anders mache und umrüste, bin ich bei 55% kritische Trefferwertung mit Kugel. Ist das echt nett, finde ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch ausrüste, dann durchbreche ich locker die 80%. Da könnte ich vielleicht sogar, was könnte ich da noch wegrüsten? Hier, die Kugel weg und ich habe trotzdem noch 71%. Oder die Halskette weg und ich bin noch bei 71%. Genau, aber der Schaden ist dann gering. Ich könnte vielleicht noch auf mehr Speed kommen. Aber dann habe ich so einen wahnsinnigen Essenzenverbrauch und so. Und ich finde, das lohnt sich nicht so ganz. Ich bin da kein Freund davon. Zweihand zum Farmen ist einfach top aktuell. Genau, aber so könnte ich es machen. Mit Einhand dann vielleicht noch eine bessere Waffe mit zweimal Waffenschaden. Sodass ich irgendwie so 2,5 Tausend oder so erreiche. Weiß ich ja nicht. Der Helm ist noch falsch. Das sieht man mal, was der Draganhelm noch dazu ausmacht. Dieser Set-Bonus. Knapp 800, 700 Grundschaden. Noch dazu und das Mana eben. Darauf achtet nie jemand. Mana und Run-Speed. Diese beiden Zeilen oder Run-Speed, da gibt es nicht mal eine Zeile. Das wird einfach ausgeblendet in Stats-Videos. Das ist so, als ob ein Magier mit 100 Mana so effektiv wäre mit einer mit 165 Mana. Das ist Quatsch. Da kann man 8000 Grundschaden haben. Wenn jemand mit 100 Mana zockt, kann der nicht so gut farmen, finde ich. Ich habe es mit 100 Mana probiert mal wieder, um mein Argument ein bisschen. Stimmt das überhaupt, was ich da labere? Und das ist so. Ich kann mit 100 Mana nicht farmen. Jeder, der es kann, Hut ab. Ich sage ja nichts. Es darf jeder so zocken, wie er möchte. Deshalb gibt es ja unterschiedliche Skillungen, unterschiedliche Items und so. Aber für mich wäre das nicht. So, womit mache ich jetzt weiter? Das waren mal so meine wichtigsten Items, die ich trage und ausrüste. Dann natürlich Mantel der Unbezwingbaren. Darf nicht fehlen. Vom Unbezwingbaren-Event habe ich schon drei davon eingeschmolzen oder so. Damit kann man einfach die Reiztiere viel schneller beschwören. Und das ist wichtig. Die erste Seite, ich habe das immer so, dass die erste Seite komplett voll ist. Und ab hier fängt mein freies Inventar sozusagen an. Da kann nichts passieren, dass ich aus Versehen das falsche Item verkaufe oder so. Hier die Essenzen immer zum Tauschen. Tränke waren da früher drin. Irgendwelche Dietriche, Sprengkugeln und so. Genau. Da würde ich sagen, öffne ich mal mein Schließfach. Da sind ein paar Items am Start. Wie zum Beispiel das Essenzen-Set vom Hüste der Essenzen-Event. Mit einem Set-Bonus 15% erhöhter Schaden. Ist allgemein, beziehungsweise war früher allgemein ganz nett. Nur leider Schuhe mit 0% Run-Speed. Das ist nicht machbar für mich. Das ist nicht toll. Weder für PvE noch für PvP. Dann habe ich ein bisschen was vom Schätze der Tiefsee-Set. War ganz lustig immer zum Flaginator-Zocken, weil die Ringe 3,5% Run-Speed haben. So, vom neuen Essenzen-Set fehlen mir noch zwei Teile. Da habe ich hier leider erst drei. Aber ich würde das sowieso nicht tragen, von daher egal. Dieses Set ist ganz nett. 50% erhöhte kritischer Schaden. Und obwohl mir 25% vom Hut fehlen, erhöht sich da so einiges. Jo, mit netten Werten. Ich habe in jedem Item hier Steine drin. Müsste mal wieder ein Crafting-Video machen. Die Schwingen des Großmeisters. Damals in Tegansrube kommen. Da gab es ein kleines Feature. Das sind die relativ häufig gedroppt. Das Sargon-Set. Eines der bestaussehendsten Sets, wie ich finde. Aber mittlerweile von den Stats her leider nicht zu gebrauchen. Früher war es aber echt interessant. So. Dann Ringe des Lebens. Es dürfen sogar noch alte sein, wenn mich... Wow! Nicht alles täuscht. Sorry, das war mein Wecker. Schon langsam kennt man mich ja. Dann das Drohle-Amon-Set. Die unantastbaren. Die Kalis-Quest ist schon so gut wie fertig. Die muss ich nur noch abgeben. Werde ich auch irgendwann machen. Sieht lustig aus. Ist irgendwie ganz nett von den Stats. Also interessant meine ich. Kreativ auf jeden Fall. Die Set-Boni aber... Nö. Nicht zu gebrauchen für mich. Deshalb wieder umziehen. Dann noch ein Teil von... Vor damals. Anno dazumals. Wo es kritischer Schaden auf Handschuhen gab. Und... Die werde ich einfach aufheben. Keine Ahnung. Können zwar nicht mit meinen Teilen jetzt mithalten. Aber... Warum nicht? So. Das neue Vollmond-Set. Da besitze ich den Stab. Hier. Und... Den Kopf. Vom Aussehen her auch lustig. Vor allem für Valdis. Aber von den Stats her finde ich es für mich nicht interessant. Was gibt es da noch so? Amulett des Wissens. Zum Leveln. 5% mehr XP von besiegten Gegnern. Und... Da ist noch dieser Erfahrungspunkt der Edelstein drin. Den man beim ersten Mal vom täglichen Login-Bonus bekommt. Das Kremak-Set besitze ich in voller Pracht. Da war ich richtig lucky. Das 5er-Set ist am... Moment. Da habe ich gerade etwas Falsches ausgerüstet. So. Das 5er-Set ist am Start. Auch in der 50er-Version. Und da hat man dann 50% kritische Schaden und 50% Leben. Ist auch witzig. Aber kann nicht konkurrieren mit... Was fehlt da jetzt noch? Kann nicht konkurrieren mit meinem 2-Hand-Set. Beziehungsweise Build. So. Das geht leider nicht. Ich hasse das. Man kann die... Hier nicht so. Ich will den Blutzahn unten und den Ring oben. Was waren da jetzt noch? Irgendein Teil fehlt. Was fehlt hier? Wow. Glück gehabt. Hier ist sie. Ja. Dieses Ping-Pong. Aber zu dieser Seite komme ich später noch. Das Heredo-Set. Rang 3. Leider erst den Helm. Beziehungsweise leider. Ja. Ich bin kein Freund von 1-Hand. Wäre zwar mal interessant PvP so zu zocken. Wenn ich die Kugel habe, werde ich es ausprobieren. Fehlt mir leider noch. Dann hier noch ein paar Items. Präzision des legendären Königs. 45er-Version. Der 45er-Goldstab. Früher der beste Stab, den sich ein Zirkelmagier nur vorstellen konnte. Seit der gefrorenen Sphäre nicht mehr so. Und dann geht es schon los mit meinen Items, die ich für Crafting 2.0 aufgehoben habe. Ist das interessant? Ich mache es einfach schnell. Das ist jetzt hier ein fettes Video. Zweimal Gold. Finde ich ganz nett. Leider nur zwei Sockel. Hier einmal Gold. Einmal Gold. Einmal Gold. Die zweite Verzauberung finde ich auch in Ordnung. 15% erhöhter Schaden bei einem lila Item. Ja, also ich glaube, man kann sich denken so. Und ab und zu hebe ich auch sowas auf. Viermal Leben, einmal Gold davon. Kann man sich irgendwie gönnen. Ich weiß zwar nicht wofür. Aber genau. Ein paar wichtige Sprengkugeln. Hier habe ich sieben Zugänge zur Knobshöhle. Ich bin schon am Überlegen, die wegzuschmeißen. Denn der Knob ist jetzt für immer da. Und ich glaube, die wird man nie wieder benötigen. Wenn ich da jetzt die rechte Maustaste betätige, lande ich sofort in einer speziellen Zone. Und dort ist der Knob und er bietet genau das an, was er auch in King's Hill hat. Von daher. Diese Kiste der Aufwertung möchte ich noch für einen Rubin oder für einen Saphir verwenden. Da kommen die Joker-Edelsteine raus. Bei den damaligen Helios-Events. Richtig gute Events. PvP. Hätte ich gerne wieder. Gab's diese Segen der Eile als Eventbelohnung. 30% erhöhte Laufgeschwindigkeit für 10 Sekunden. Lustig für Eroberung der Flagge. Dann die Essenzen des Lebens. Raubs. Damit kann man Lebenspunkte absaugen. Von den Gegnern 15% des Schadens. Das ist heftig. Damit habe ich mal Mortis Solo gemacht. Aber ich fand es dann zu nubig, weil ich es nur mit diesen Essenzen geschafft habe, dass ich das Video nicht gezeigt habe. Und hier. Ho, 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 ho. Ich bin der Weihnachtsmann. 3% erhöhte Chance, Gegenstände von gewöhnlichen Monstern zu finden. Ist lustig. Aber wenn ich diesen Umhang wegrüste, verliere ich einfach so viel. So, dass ich 10% ineffizienter farme. Von daher diese 3% machen es nicht aus. Oh, hier ist noch was. Noch eine Seite mit Uniques. Der Sargon-Mantel. Früher einer der besten Umhänge, die es gab. Ich war ein großer Fan davon. Neben dem Mantel der Macht. Sieht auch, obwohl, den habe ich mir besser vorgestellt. Sieht auch ganz nett aus, wollte ich sagen. Ein Low-Level-Unique. Dann Agathon-Ring von Heredur. Noch ein Sargon-Buch. Damals eines der einzigen Uniques, die es gab. Natternhaupt. Schaden auf einem Helm. Gab es einfach nie. 5 Sargon-Events habe ich alle durchgezockt. Das waren die Edelsteine davon. Das alte Amon-Set. Nicht so ganz. Nicht komplett. So. Das kann noch irgendwie droppen. Kann das noch droppen? Damals. Mit den alten Zwischenwelten konnte man es auf jeden Fall noch bekommen. Waffenzieher des Verteidigers habe ich einmal in 11,2% erhöhter Schaden. Das ist mehr als sehr, sehr, sehr gut. 12% war das Maximum. Zwei Ringe des Todes damals. Dann war Gulvs Buch hier noch vom legendären Königsset. Das ist ganz lustig. 5% Attack-Speed. Für Speed-Zusammensetzungen kann man sich da was Nettes basteln. Der Ring des Verteidigers sowie der Gürtel des Verteidigers von den ersten beiden Verteidiger-Events. Dann hier so ein Lore-Tag-Unique bekommen. Interessiert mich aber auch nicht allzu sehr. Und hier noch meine Crafting-Items. Die habe ich alle schon gezeigt. Da ist nichts Weltbewegendes dabei oder so. Genau. Was tut sich hier noch? Das sind irgendwelche Buffs vom Weihnachtsevent, die ich mir aufgehoben habe. Keine Ahnung warum. Aber ich wollte sie nicht einfach so verballern. Hier ein Ruhmeszeichen-Buff. Ein paar Farben. Das Viscanium-Event. Eierlikör. Sehr bekömmlich. 10% erhöhter Schaden. 5% geringere Angriffsgeschwindigkeit. Und hier noch was vom Dragan-Event habe ich mir aufgehoben. Keine Ahnung ob das sinnvoll ist. Das war es mal von der Bank. So. Dann noch eventuell ein paar Mounts, die ich mir so aufgehoben habe. Ich habe schon sehr viel zerstört allgemein. Alle nicht schnellen Reiztiere habe ich schon weggeworfen. Es ist zwar jetzt mittlerweile angekündigt, dass vielleicht irgendwie sowas kommt für Reiztiere oder für Begleiter, für Kostüme, so ein spezielles Bankfach. Aber wann wird das kommen? Ich kann nicht immer so viel Inventarplatz belegen. Der Onyx-Schuppen-Drachenbrut. Äh, Drache. Dann hier die Spinne vom Dragan-Event. Oder? Ich glaube schon. Die gab es beim Dragan-Event schon 2-3 Mal. Mein dampfbetriebener Streitwagen, a.k.a. Das Schilling-Mobil. Das war früher mein liebstes Reiztier. Einfach episch. Sowas gibt es einfach nirgendwo. Ey! Weil ich mich jetzt bewegt habe, kommen da ein paar Nefertari und stören mein Video. Dann, was haben wir noch? Achatschuppen-Drachenbrut. Die gibt es in allen möglichen Farben und Formen. Dann Jade-Schuppen-Drachenbrut. Hier, die sind mal ein bisschen zu mächtig. Passend für den Drachenkrieg, aber Zirkelmagier brauchen was anderes. Mitwinterrentier vom Weihnachtsevent. Sieht auch ganz knuffig aus, muss man sagen. So, der gepanzerte Löwe gab es bei irgendeinem Event. Den Kerl hier. Der Elchhoff. Der ist zwar nicht schnell, glaube ich, aber ich fand ihn auch lustig. Dann die Flügel. Zahnrad-Schwingen vom Viscanium-Event. Die sind ziemlich cool. Also mit den Flügeln ist ihnen schon was Nettes eingefallen. Aber aktuell übertreibt man es ein bisschen. Es gibt ja schon 30 verschiedene Flügel. Das könnte man auch ein wenig langsamer raushauen. Und dann, wo gab es die nochmal? Drachen-Schwingen? Keine Ahnung. Bei Bezwinge-Di. Wo gab es denn die? Macht ja auch nichts. So, Victory-Jump-Emote. Yay. Ein sehr cooles Emote, muss ich sagen. Mit einer viel zu langen Abklingzeit. Dann der Wiedergänger vom Dragan-Event, glaube ich. So. Ich schaufle mir mein eigenes Grab. Six Feet Under the Stars. Gut. Und jetzt Kostüme. Die werde ich einfach... Ja. Ich zerstöre jetzt mein tolles Doppelkostüm. Drachenbann. Hier. Kann droppen in Lortag bei den Wächtern. Und die Dschungelspinne. Aber ich glaube, für die Kostüme gehe ich jetzt woanders hin. Die sieht man hier nicht so gut. So. Genau. Dschungelspinne und Drachenbann. Dann kann man looten in Lortag. Dann habe ich mir nur noch ganz wenige Begleiter aufgehoben. Der Gruft die Hase. 3% erhöhte kritische Trefferwertung. Das ist der Kollege hier. 5% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit für diesen Lortag-Raptor. Habe ich früher ganz gerne getragen. Dann die Bärach-Puppe. Knuffiger Kollege hier. 80 Schaden hat der noch zusätzlich. Genau. Ich könnte ja hier wegen den Stats noch den ausrüsten. Ausrüsten und alles auf Schaden, Buttern und so. Aber das interessiert ja niemanden. So. Die Medusa-Puppe. Mein All-Time-Favorite. Und der lustige Octopus. Wegen ein paar Insidern. Der Kraken. 5% mehr Leben. Aber alle anderen 5% Leben begleitet. Da habe ich zerstört. Denn wozu? Wozu? Hier noch die flinke Hub hier. Vom Premium Deluxe Account. Sowie der Stab des Feenrufers. Hier die nette Fee. Vom täglichen Login-Bonus, wenn man die craftet. Das waren die begleitet. Jetzt gibt es noch ein paar Kostüme. Ich bin echt ein Fanatiker von Kostümen. Da habe ich noch kein einziges zerstört. Beziehungsweise nur die Low-Level-Kostüme von den PvP-Quests. Also Version 1, 2, 3 und so weiter. Schattenscherge. War früher eines der seltensten Kostüme. Mittlerweile kann man es sogar kaufen, glaube ich. Dieses Kostüm. Hey, das passt echt gut mit meinem Zauberstab gerade. Das gab es schon 25 Mal oder so. Das rote Jagdkostüm vom Vollmond-Event. Antonias Prachtkleid. Vom Helios-Event. Wenn mich nicht alles täuscht. Streiter der Wahrheit gab es schon einige Male bei Viscanium. Hier Rüstung des Schattenschergen war eines von vier Teilen zum Craften, dass man dieses Kostüm erhält. Aber ich muss eben sagen, das sieht ganz interessant aus mit diversen Items. Wie zum Beispiel... Ja, mit dem Finsterset kann man es kombinieren. Oder... Mit dem Hexenset ist es auch nicht so verkehrt. Deshalb habe ich mir dieses Einzelteil zusätzlich nochmal aufgehoben. Der Eisforscher. Den gab es beim Adventskalender. Gutschein-Code, wenn mich nicht alles täuscht. Ährenrüstung des Durischen Ritters. Aus welchem Spielmodus ist das? 3 gegen 3, kann das sein? Oder so? Kerkerkostüm. Dragan natürlich. Mitwinterwicht muss ich nicht dazu sagen. Genauso wenig wie beim Schneemann. Sind auch ganz witzig, vor allem wenn man die im Sommer trägt. Das Schreckensweib-Kostüm. Ebenfalls Dragan. Hier, Paktira vom Neumond-Event. Das weiße Hasenkostüm. Hm, wo wird es das wohl gegeben haben? Richtig zu Ostern. Hier habe ich noch Kostüme. Und zwar den roten Essenzwirbel. Oh Mann, diese Robe ist so hässlich. Der rote Essenzwirbel hatte ich in Kombination mit dem Dämonenkostüm. Hä, Schilling, wie machst du das? Kann man jetzt nicht mehr machen. Das Schmuckkostüm des Gladiators aus 6 gegen 6 oder Eroberung der Flagge. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Eroberung der Flagge oder so. Dampfglockenkostüm, Viscanium-Event. Und das war's mit Kostümen. Auch was Emotes betrifft, habe ich nicht alles aufgehoben. Das ist wohl eines der epischsten Emotes. Da macht's ordentlich. Kawumms mit Himmelsmacht. Und dann Jubelschrei. Yeah, gab's damals nur auf Facebook, wenn man geliked hat. Das war ganz am Anfang 2011 oder so. Verbeugen. Habe ich mir damals sogar für Draken gekauft. Dann dieses Emote Lautenspiel. Da wird ein ganz langes Lied jetzt hier losgesummt. Da, 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 bam, ba, da, ba, 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 ba. Dann Drohen. Gab's, glaube ich, auch bei irgendeinem Facebook-Gutschein-Code, oder? Bei einem Event. Das Lachen-Emote, Lachkrampf. Meiner Ansicht nach eine der schlechtesten Erfindungen, die es gibt. Dieses Emote hat so viele toxische Spieler hervorgelockt. Immer 3 gegen 3, Duell. Wenn man verliert, einfach der Gegner Lachkrampf. Warum, ich verstehe es nicht. Das ist, keine Ahnung. Also, Lachkrampf im 3 gegen 3 ist irgendwie lächerlich. Festtagsknaller. Ganz nett für Neujahr und so. Achtung! Der Böller explodiert. Schneemann bauen fand ich ganz witzig, habe ich mir aufgehoben. Noch witziger ist, verdammt, kann ich jetzt nicht mehr machen. Noch witziger ist dieses Emote, wenn man selbst ein Schneemann isst, dann baut der Schneemann einen Schneemann. Jetzt noch die Karotte. Dreh den Kopf um. Und da ist er, der Gute. Und noch ein 5% Lebenspunkte-Begleiter. Oh, habe ich doch nicht alle zerstört. Der Essenzwirbling vom Wüste der Essenzen-Event in der roten Form. Aber wieder die Medusa rausholen. Das waren mal alle Emotes, alle Kostüme, alle Reittiere, die ich mir aufgehoben habe. Was gibt es sonst noch so? Hier gibt es noch zwei Reittiere. Und zwar den weißen Tiger aus den Kisten. Und der Gluthund vom 5 gegen 5 Spielmodus. Der sieht episch aus. Eines der coolsten Reittiere. Ja, und ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen auch mit meinem Charakter. Ich habe dann noch drei andere Jars, die sind aber nicht so interessant. Die haben zwar gefühlt 500 Edelsteinbeutel von den täglichen Login-Boni, die ich irgendwann mal aufmachen werde und so. Aber das ist Spieletrend. Vor Crafting 2.0. Nach Crafting 2.0 will ich entweder hier 6.000 sehen oder 80%. Eins von beiden. Je nachdem, welche Waffe ich mir da so craften kann. Das wird nicht so in der Woche passieren. Aber nach drei, vier, fünf Monaten eventuell da eine epische Waffe haben. Und einen besseren Gürtel. Ach ja, ich bin ja noch immer nicht fertig. Oh Mann. Hier habe ich noch PvP-Statistiken und so. Ich bin echt kein Fanatiker davon. Irgendwie, oh, ich bin Marshall und oh, ich bin dies und das. Interessiert mich eigentlich nicht so. Aber ich weiß, dass es der ein oder andere wissen möchte. 60.000 Spiele habe ich erst besiegt. Ist nicht die Welt. So einzeln. So viele mit Gruppe und im Wettkampf. Sprich, man sieht, Open PvP, da mache ich nicht so häufig mit. Wettkämpfe gewonnen. 3.200 von 5.200. Bei Duellen bin ich ganz gut dabei. Gruppe gegen Gruppe passt auch. Hier Eroberung der Flagge. Ja, verbesserungswürdig. Aber da kann man nichts machen, wenn man keinen Flaggeneroberer dabei hat. Und Sturm der Festung ist so ein Glücksspiel. Ist man Team Rot oder Team Blau? Meine Titel? Mit Winterglückspilz. Oh yeah. Ich weiß gar nicht, warum ich den ausgerüstet habe. Macht auch nichts. Errungenschaften. Ach du meine Güte. 3.210 ist glaube ich sehr wenig. Ich bin irgendwie Halbgott oder wie heißt das? Aber ich gebe da nicht viel drauf. Also Errungenschaften, sofern man da keine Belohnungen erhält, mache ich da nichts. So, wenn es da irgendwas gäbe. 1.000 Alamant und hier ein nettes Item oder so. Ja. Aber so für jetzt fahre ich dann doch lieber einfach ein Weilchen. Na gut, das war es jetzt aber endgültig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh. Oh. Vielen Dank.